Vorgefunden haben wir leider ein ziemlich großes Trümmerfeld, ein PKW ist gegen einen Bomben gefahren. Wir haben dann eine Crashrettung durchgeführt, doch leider wurde dann durch den Notarzt der Tod der Person festgestellt. Man funktioniert erstmal vornherein. So einen Einsatz wie heute hat man wirklich nicht alle Tage, ist kein Alltagsgeschäft. Wir werden es wahrscheinlich im Nachhinein dann nochmal mit den betroffenen Einsatzkräften auswerten und besprechen. Bis zum nächsten Mal. Okay. Oh mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020